So Leute, wir sind jetzt angekommen. Wir sind ungefähr eineinhalb Stunden oder so gefahren. Es ist aber richtig geiles Wetter. Es sind locker als 20 Grad. Ich habe ein bisschen Halsschmerzen übrigens, falls ich Corona habe. Dann weiß ich das jetzt schon. Ich würde mich in Quarantäne begeben, aber kein Bock, Bruder. Ja, wir sind übrigens hier an so Bergen jetzt. Also ich werde euch das bei Google bestimmt nicht einblenden, aber sieht auf jeden Fall schon entgeil aus hier. Ja, hier sind auch richtig hohe Bäume. Tannen auch genannt. Das ist ein Nadelwald. Steht hier auch schon ungefähr ein paar hundert Jahre. Heftig, Bruder. Ich bin gespannt, wie der See wird. Was sind deine Erwartungen? Nehmen wir den Rucksack mit oder lassen wir den hier? So, wir sind übrigens am See angelangt, meine Freunde. Der sieht ungefähr so aus. Also schon echt heftig. Vor allem auch mega Türkis. Ein toter Baum, der da so liegt, feiere ich auf jeden Fall auch. Man kann hier Boote ausleihen. Das können wir allerdings leider nicht machen, weil wir Noah haben. Hätten Noah auch in die Kinderbetreuung eigentlich geben können, jetzt wo man so drüber nachdenkt. So Leute, wir machen jetzt was richtig cool ist. Und zwar haben wir uns jetzt dazu entschieden, so ein Boot zu mieten, wie ihr wahrscheinlich eben schon gesehen habt. Damit wir ja geile Fotos machen können. Aber ja von den Steuernabsetzen ist ja geschäftlich, ne? Fotos. Deswegen machen wir das jetzt. Noahs erstes Mal auf einem Boot. So Leute, wie eben schon erwähnt, haben wir uns jetzt hier so ein chilliges Boot gemietet. Alter, für eine halbe Stunde. Ist auch relativ günstig. 19 Euro, finde ich. Geht auf jeden Fall fit. Das heißt, wir sind jetzt hier mitten im Meer. Und ich sehe... Ach Tim, Mann, lass es doch, weil muss das sein? Ja, ich will gucken, wie... Oh, Digga, es ist alles arschkalt, Digga. No joke. Guck mal, wie kalt das Wasser ist. Ja, toll. Wenn du dich zu weit nach drüben kennst, gibts um. Nein. Mensch. Tim, lass es. Ich sitz hier ganz normal in dem... Bruder, 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 Bruder. Bruder, 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 Bruder. Jetzt gleich. So, Lucy, du siehst, wie die Leute hier fuchsfinstergerhören. Und du weißt ganz genau, was hier abgeht. Ihr wird nicht gemietet, weil man Bock hat. Wir sind so alle. Und wird gemietet. Und flinzen. Schön nach vorne und dann mit dem Körper nach hinten ranziehen, Alter. So rudert man richtig meine Rolle. So, und zack. Schnitt 10, Timo. Gina hat gesagt, das ist nicht cool genug fürs Video. Aber ich sag euch, doch. Jetzt will ich einfach einen Baumstamm da rausragen. Wie heftig, Digga. Krank bekommt der her, ne? Ist der da runtergefallen? Und dann da rein? Heftig, oder? Baumstämme sind krank, Alter. Denkt mal drüber nach. So, Leute. Wir waren jetzt mit dem Bootdingsen. Ist auf jeden Fall wirklich sehr, sehr cool. Ich muss aber auch sagen, wenn wir jetzt keine Fotos gemacht hätten, hätte man eigentlich auch drauf verzichten können. Ein Picknick wäre da geil gewesen. Aber die Bilder, die draußen sind halt schon. Die Bilder sind wirklich mega geworden. Ich blende euch hier vielleicht einfach mal zwei, drei Stück ein. Also dafür hat es sich auf jeden Fall gelohnt. Und wie gesagt, das ist ja auch nicht teuer. Wir holen jetzt den Kinderwagen von Noah wieder aus dem Auto raus. Dann werden wir natürlich was nicken. Und dann gucken wir mal, wo uns der Wind hintreibt. Der Wind rindt weit. Jungs, die Auswahl hier ist einfach krank, Alter. Würste mit Brot, Würste mit Pommes. Bratwurst mit Brot, Bratwurst mit Pommes. Dann jetzt auch so ein Pommes. Pizza. Ja, Pizza ohne Pommes, leider. Schreibt in die Kommentare, was ihr denkt, was ich nehme. Ich werde es euch gleich zeigen. Gina musste noch mal zum Auto laufen, weil da die Hose von Noah drin war. Jetzt kommt sie zurückgelaufen, meine Freunde. Seht ihr sie? Applaus und die Leute jubeln und klatschen. Kommt sie als erster ins Ziel, meine Freunde. Und sie ist da. Wow. Wir hatten eigentlich vor, was im Restaurant essen zu gehen, was hier nebenan ist. Da haben uns die Gerichte aber nicht gefallen. Deswegen haben wir uns klassisch für eine halb verbrannte Bratwurst und Pommes entschieden. Gibt ja auch ganz lecker aus, ne? Immerhin hatten sie die originale Kohle. So, wir haben jetzt ein bisschen gegessen. Und ihr könnt schon daran sehen, dass Gina nicht so wirklich gemundet hat. Es ist halt no joke die trockenste und ekelhafteste Bratwurst, die ich je gegessen habe. Die Pommes sind mittelmäßig, keine Ahnung. Die schmecken auch irgendwie nach Scheiße. Die Pommes sind so hart, Leute. Ja, die sind so hart, dass der Löffel einfach abbricht, die Gabel. So, ich meine, klar, das ist so ein fertig, schnell... Guckt euch das. Was ist das für ein Croissant? Was? Alter, das ist doch nur furztrocken. Ja. Mann, was soll ich denn Noah geben? Was ist das? Ich habe schon gerade gesagt, ich schmeiße das gleich vor die Füße. Das Spaßigste an jedem Ausflug mit Gina ist übrigens der Ausflug in den Souvenirladen, meine Freunde. Übrigens, kleiner Funfact, wusstet ihr, dass Schmuck und so weiter oder auch hier so Textilien in Souvenirläden immer teurer gemacht werden, damit die Leute davon ausgehen, dass die Qualität kaufen. Kleiner Funfact auf jeden Fall am Rande. Deswegen kostet das auch 7,50 Euro, während das wahrscheinlich bei Kick in bessere Qualität einen Euro kostet. Soll ich übrigens auch sehr feiern. Die T-Shirts hier kosten einfach mehr als unser krass produzierter Merch, der einfach heftig ist. Deswegen bestellt auf jeden Fall bei Niedert, Hashtag Werbung. Da wisst ihr, dass ihr auch was für euren Preis bekommt. So Leute, wir sind jetzt tatsächlich schon wieder auf dem Rückweg. Wir waren da jetzt irgendwie zwei Stunden. Wir hatten eigentlich vor, noch wandern zu gehen, aber das Problem ist, dass Gina das Essen für Noah in der Tiefgarage vergessen hat. Deswegen ist jetzt etwas quengelig und ihr habt ja auch gerade das Essen gesehen. Also lecker war das nicht und da gab es dann dementsprechend auch nichts für Noah. Deswegen müssen wir jetzt schon wieder zurückfahren und dann gucken wir einfach mal, was wir machen. Ja, wir können dann nur an die Nachmittagsbetreuung geben oder so. Ich hasse Real Talk, ich hasse dieses Navigationssystem von Audi halt so hart. Eigentlich sollten wir hier hochfahren. Diesen Weg gibt es aber einfach gar nicht, sondern der geht hier vorne halt zur Seite. Jetzt sind wir auf so einem Wanderweg oder sowas, wo auch stand, dass das ein privater Weg ist. Aber ich habe auch nicht mehr so viel im Tank. Das heißt, ich muss jetzt einfach hier langfahren und hoffen, dass wir irgendwie wieder auf die Straße kommen. Digga, was macht dieses scheiß Navigationssystem von Audi? Was ist das für eine Strecke, Digga? Junge, ich schwöre, ihr könnt das Ding, könnt ihr wegwerfen, Alter. Meine Fresse. So Leute, jetzt ist der nächste Tag. Wir haben gestern eigentlich nicht mehr so viel gemacht. Nur habe ich Gina komplett den Switch abgezogen. 20 zu 5. Und genau, heute haben wir schon gefrühstückt. Noah, lass bitte das Macbook los. Heute haben wir schon gefrühstückt und es fertig gemacht. Wir fahren jetzt nach Verona, ein bisschen shoppen, dies, das. Und genau, dann nehme ich euch einfach mal ein bisschen mit. So, wir sind jetzt in Verona angekommen. Ja, zwei Stunden ungefähr sind wir gefahren. Aber das ist okay, denn wir haben die ganze Zeit bei Blinkist irgendwelche Sachen gehört. Jetzt bin ich nicht nur Erziehungsexperte, sondern kenne mich auch an der Börse aus. Genau, ja, wir müssen jetzt ungefähr so einen Kilometer laufen, weil da gab es leider keine Parkhäuser und alle Parkplätze waren belegt. Ja, und dann gucken wir mal, dass ich heute weniger als 8.000 Euro ausgebe. Mal gucken. So, Leute, wir sind jetzt eigentlich hier fast schon wieder durch. Wir holen uns jetzt noch was zu essen und fahren dann wieder zurück. Shoppen funktioniert nicht so gut auf jeden Fall. Es gibt hier, also für so kranke YouTuber wie mich natürlich, es gibt hier einen Gucci-Store, der hat einfach nichts für Männer. Schon irgendwie weird, weil, wie sexistisch ist das bitte? Und wir waren im Louis Vuitton-Laden, da haben wir gar keine Sachen. Ich wollte noch mal gucken, ob es noch irgendwas mit Monogrammen gibt, so ein Pullover oder so. Auch nicht bekommen. Das Einzige, was es hier auf jeden Fall gibt, ist Hugo Boss. Das ist also immer am Start. Ich zeige euch noch, was ich geholt habe. Und hier gibt es so einen Laden, der so Burberry und Stone Island und Montclair hat. Und da habe ich mir endlich den standardmäßigen Burberry-Sweater geholt, den gefühlt jeder YouTuber hat. Tina ist mega gestresst mal wieder, also alles wie immer. Nein, 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 nein. Ich wollte nur noch mal anmerken, dass der Typ im Louis Vuitton-Store gesehen hat, dass wir nicht von hier kommen. Und aber fragt uns, soll ich ihn das bestellen? Ja klar, wir fahren einfach nächste Woche dann. Wenn das dann da ist, einfach nochmal 900 Kilometer hier runter und holen dann den Pullover ab. Dankeschön. Jo Leute, was geht? Jetzt ist schon wieder der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr gefilmt. Ich bin nämlich mega erkältet. Vielleicht Corona, vielleicht nicht. Die Nacht war auch einfach die Hölle, Mann. Ich bin alle zwei Stunden wach geworden, weil mein Halt so mega wehgetan hat. Jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser. Das Ding habe ich auf jeden Fall gestern nicht gefilmt. Haben gestern jetzt aber auch nicht mehr so viel gemacht, muss ich zugeben. Ich wollte euch ja noch mal ganz kurz zeigen, was ich mir gestern gekauft habe. Also erst mal dieses T-Shirt hier von Hugo Boss. Dazu habe ich mir auch die passende Jogginghose hier geholt. Die hat hier halt an diesen Streifen diese Dinger, so wie das auch bei meiner gelben ist. Dann habe ich mir noch dieses Hemd hier geholt. Ich weiß nicht, ich feiere das eigentlich. Also ich habe ja mal gesagt, dass ich so Anzüge und so weiter so mega unseriös finde. Ich weiß nicht, also in den letzten Wochen habe ich das so voll gewandelt. Auf einmal finde ich das so voll cool. Ist ja jetzt natürlich kein Anzug, aber finde ich trotzdem halt, sieht halt ganz schick aus. Und dann habe ich mir was geholt, was halt ein bisschen teurer war. Diese Schuhe hier von Gucci. Normalerweise feiere ich Gucci auch überhaupt nicht. Die habe ich aber am Schaufenster gesehen und fand die halt tatsächlich mega nice. Einfach, ich weiß nicht, dieses Schwarz mit dem Rot und den Streifen hier an der Seite finde ich tatsächlich halt mega schick. Dazu dieses, ja gut, Gucci-Logo, was jetzt aber nicht so krass in Gewichtung fällt, sage ich mal. Also das sind Schuhe, die ich tatsächlich mega cool fand. Und jetzt habe ich mich erstmal dann wieder ausgekauft. Mehr Geld wird erstmal für Klamotten hoffentlich nicht mehr ausgegeben. Heute ist nicht so viel geplant. Heute ist ja der letzte Tag. Heute Abend müssen wir auch ein bisschen ruhiger machen, weil morgen muss ich ja wieder 9 Stunden Auto fahren. Wir wollten auf so einen Berg mit der Gondel fahren. Da kam man da mit so einem Mountain-Kart irgendwie runter. Gina kann das dann wahrscheinlich nicht machen, weil sie mit dem Ohr wohl runter geht, falls wir das heute machen. Und dann mache ich das aber auf jeden Fall und nehme euch da auf jeden Fall filmerisch nochmal mit. Ansonsten muss ich jetzt duschen. Da muss ich nämlich mein Cake News machen, denn auch im Urlaub muss man Videos erstellen, meine Freunde. So Leute, was geht? Wir sind jetzt hier in der Gondel angekommen. Wir fahren jetzt nach oben. Wir machen das dann so, dass ich mit dem Mountain-Kart runterfahre. Das dauert so eine halbe Stunde. Das hat Gina gesagt, ist okay. Und genau, wir sind jetzt auf dem Weg, wie ihr schon sehen könnt, hier rauf. Das sieht auf jeden Fall sehr geil aus und sehr weit auch. Genau, ist sogar aber relativ teuer. Ja, eine 34 Euro haben wir jetzt bezahlt. Zwei Personen hoch und eine wieder runter, weil ich bleibe hier oben. Der Weg hier war auch mega stressig. Ja, die Straße ist halt gerade mal breit genug für ein Auto. Und dann sind uns die ganze Zeit Autos entgegengekommen. Ich weiß nicht, was Italien sich gedacht hat, wie das gehen soll. So, meine Leute. Wir sind jetzt schon sehr weit nach oben gefahren. Wir sind fast schon so wie die Wolken, Alter. Und wir sind, denke ich mal, auch bald da. Außer da kommt hinter dem Berg noch ein Berg. Aber ich glaube, da sehe ich auch schon das Gebäude von dem Ende. Ja, sehr coole Fahrt. Wir hoffen natürlich die ganze Zeit nicht runterzufahren. Ich glaube, dass wir Schmerzen haben. Da haben wir ja auch einen schönen Weg, um runterzukommen. So was zu sagen. So, Jungs. Ich muss jetzt ungefähr 20, 25 Minuten warten. Ist aber okay. Alles easy. Genau, ich fahre jetzt runter. Ich kann das Ding hier hoffentlich festmachen. Und dann filme ich vielleicht ein bisschen während der Fahrt. Ich gucke mal. Okay, Jungs. Ich filme direkt den Handwerk. Da guckt man nicht. Da ging der Kamera. Ich weiß gar nicht, wo ich fahre. Ich glaube, der wird es zu laufen. Irgendwo ist ein Launchpad. So, Jungs. Ihr habt ja teilweise die Fahrt auf jeden Fall gesehen. Das war mit dem Stativ doch nicht so einfach. Es ist die ganze Zeit weggerutscht. Ich hoffe, da sind wenigstens zwei, drei Aufnahmen drin, die man auf jeden Fall mit reinschneiden kann. Wenn nicht, dann schneide einfach irgendwas rein. Timo, ist egal. Also die Fahrt, ich weiß gar nicht, hier ging es nicht. Also kam mir nicht so lange vor. Vielleicht 10 Minuten, 10, 15. Der Typ meinte 30, aber ich bin natürlich auch ein schneller Fahrer. So, ist klar. Hat auf jeden Fall echt mega Spaß gemacht. No joke. Das war wirklich sehr, sehr geil. Am Anfang ein bisschen schwierig, weil du musst erst mal natürlich auch mit dem Kart klarkommen. Und dann, also an den Seiten, du kannst dich richtig einfach runterfahren. Also wenn du jetzt einmal falsch bremst oder so, bist du halt weg. Das war ein, zwei Mal. Auch jetzt nicht knapp. Aber auch nicht mehr ganz ungefährlich auf jeden Fall. Da muss man aufpassen. Jo Leute, was geht? Also ich wollte eigentlich, bevor wir jetzt nochmal zurückfahren, kurz die Gelegenheit nutzen, nochmal im Hotel hier ein bisschen auf jeden Fall über den Urlaub zu reden. Also ihr habt die Vlogs ja auf jeden Fall gesehen. Ich würde mich übrigens auch generell freuen, wenn ihr einfach mal in die Kommentare schreibt, wie ihr die fandet. Das sind ja so meine ersten, die ich mache. Gerne auch mit Verbesserungsvorschlägen. Aber nicht dieser Foxfaker, bitte. Halt einfach dein Maul. Genau, also ich muss sagen, der Urlaub hat wirklich super viel Spaß gemacht. Also wir haben das wirklich spontan gebucht, irgendwie vor drei Wochen oder so. Ich wollte eigentlich Gina alleine mit Noah wegschicken, weil ich meine Ruhe haben wollte, damit ich mal wieder richtig arbeiten kann und in den Workflow kommen. Wenn dann mit Kind ist es meistens immer anstrengend. Dann habe ich dieses Hotel hier gefunden und dachte so, Bro, ich komme mit, Alter. Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Also wir haben wirklich sehr viele Sachen auch unternommen. Am Anfang, wo wir hier angekommen sind, dachte ich auch so, okay, naja, wir gehen jetzt halt schwimmen, gucken uns den Bauernhof an, aber dann, was machen wir mit der Zeit? Haben dann ja aber jeden Tag, wie wir gesehen haben, halt irgendwas unternommen. Das war wirklich super, super schön. Auch mit Noah, klar, gab es so seine Phasen, wo er anstrengend war. Aber auch, er war halt super ausgeglichen eigentlich in der Woche. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Wir waren ja in diesem, im Sonnenwies Familienhotel. Das ist kein Placement oder so, aber ich kann euch das Hotel halt wirklich einfach nur komplett empfehlen. Gerade für Kinder und auch, wenn man ältere Kinder hat, das ist halt super cool. Alleine mit der Kinderbetreuung ist es halt wirklich super nice. Wir geben Noah einfach ab, können einen Ruhrabendessen oder so, was ja auch einfach mal schlicht ist. Oder geben ihn so mal für den Nachmittag ab und können eine kleinere Unternehmung machen oder so. Es gibt auch den Kids Club für Größere, wo die auch dann ein richtiges Programm haben. Die hatten irgendwie so einen Piratentag, dann haben die so eine Show aufgeführt und so. Genau, wir gehen jetzt noch frühstücken und dann werden wir zurückfahren. Genau, und dann würde ich sagen, geht's auch schon los, sonst wird's zu spät. So Leute, wir sind jetzt frühstücken. Ein allerletztes Mal. Wir haben sogar so ein kleines Schokoladenherz da vorne bekommen. Vielleicht kann Gina das einmal kurz zeigen. Danke Jungs. Ich hab heute noch ein Brötchen geschafft und natürlich ein Babybel darf nicht fehlen. Und einen leckeren Tee mit viel Honig, mir noch ein bisschen erkältet. Ja, wir haben auch schon alles aus dem Zimmer runtergeräumt. Das heißt, wir fahren gleich zurück. Traurig. Müssen dann nochmal an einem Einkaufsladen halten. Da nehme ich euch noch mit und dann geht's zurück. So, wir sind jetzt auf dem Weg zurück. Meine Freunde sind jetzt ins Auto eingestiegen. 869 Kilometer. Aber kein Stau bisher. Laut dem Navi sind wir um 17.26 Uhr da, aber in Italien und Österreich haben wir eigentlich sehr viel Zeit gut gemacht. Wir schauen mal und sind gespannt. Wir haben jetzt hier unseren ersten Stopp eingelegt. Wir sind schon wieder in Deutschland. Das ist auch schon ein paar Jahre oder so. Diesel oder Max Motion Diesel? Was sind denn normale? Der Diesel einfach. Mit 1,35 übrigens lustigerweise günstiger als in Italien an normalen Tankstellen. Also nice auf jeden Fall. Und genau, wir müssen jetzt noch wie weit fahren? 600 Kilometer oder sogar ein bisschen mehr noch. Ja, naja, wird halt anstrengend, ne? So Leute, wir sind jetzt wieder zu Hause. Mein Akku ist jetzt auch so gut wie alle. Ich hatte noch mein Fußballspiel und Tischtennis. Beim Tischtennis haben wir 11-1 verloren. Beim Fußball haben wir 11-1 gewonnen. Also insgesamt halt unentschieden. Ich habe vier Tore gemacht. Es tut mir leid, dass ich euch nicht stolzer machen konnte. Und genau, wir sind jetzt wieder zu Hause. Die Autofahrt war wirklich mega stressig. Wir haben irgendwie neun Stunden gebraucht. Google hat einfach gesagt, es gibt eine Vollsperrung, die gar keine war. Ich bin zu Glück nicht abgefahren, weil ich mir schon auf der Karte gedacht habe, so was für ein Bullshit. Außerdem haben wir fast einen Unfall gebaut, Alter. Junge, ich bin gerade dabei zu überholen. Und keine Ahnung, ich bin auch 5 Meter von dem anderen entfernt. Und der zieht einfach mit seinem Wohnmobil rüber. Das ist ja schon mega dreist. Und ich musste halt fast eine Vollbremsung machen. Und in der Zeit hat Gina einfach Noah gefüttert gehabt. Deswegen hatte Noah sich verschluckt daran. Und das ist kein richtig böse. Als ob da wirklich Essen in der Speiseröhre feststeckt. Und gerade Babys sind natürlich für sowas sehr anfällig. Deswegen habe ich den überholt, bin dann rüber gefahren und wollte auf den Standstreifen fahren. Und war natürlich erstmal so, boah, scheiße, was ist halt jetzt. Und bin halt mega langsam geworden. Und habe in der Zeit schon nach hinten geguckt, was mit Noah ist. Und habe quasi dann dieses Wohnmobil halt ausgebremst. Und hinter dem waren halt noch LKWs, die dann sogar ausscheren mussten. Dann habe ich aber gesehen, ist alles wieder gut. Und bin wieder einfach schneller gefahren. Ich hätte es dem Typen ehrlich gesagt gegönnt, wenn er dann Ufer gebaut hätte. Wenn dann LKW reingefahren wäre. Ich verstehe nicht, wie man so ein, ihr wisst schon was sein kann. Ich will das jetzt nicht sagen, aber ich denke, ihr alle wisst es. Genau, ansonsten war es wirklich super anstrengend, die Rückfahrt. Aber wie gesagt, Hotel war wirklich mega nice. Urlaub war wunderschön. Hat mega viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zusehen, meine Freunde. Und bis dann. Okay, thanks, bye.